um wir sind ja auch bläden, da steht der Schirokop daneben drauf ich hab's vorhin überlegt man, nicht mehr auf das Ding du musst normalerweise nur fliehen und ich müsste Jagdspritzen nicht mehr hier jetzt die Fische nein, 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 ich fliebe ihn nicht, du tipp unten so, warte mal, ich glaub du bist der erste in der Steuer so, also stellt sich hier nicht auf, okay so, warte mal hier einen habe ich schon zwei habe ich oh, die habe ich nicht weisse, die kann ich auf der linken Seite verwischen, du musst dich drehen du bist schön, dass du rechts neben mir sitzt ja, ich hab sie du erzählst mir, du bist die ganze Zeit, was von links sitzt du aber eigentlich rechts links drehen, wir sind nur links drehen da ist noch einer vorne ist noch ein dicker Fötter oh oh, ob jetzt ah, dann habe ich auch so, da vorne ist noch einer da habe ich oh, ich glaube das war er das ist er das ist er äh, schwimmen 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 was du willst du sozusagen ich denk du hast's schon ich bin ausgem-, ausgeschlehen ich denk du hast's schon du hast's doch schon du hast's doch schon du hast's doch schon wie, ich hab's schon du hast dir gesagt du hast's schon ach, ja, ich hab nicht getroffen jetzt muss ich nur noch häuten ich dachte du hast das die Haut schon ach, so, du musst es machen Ich denke du hast die Haut schon Ja ich hab sie schon, Ajo Siehste, wenn du das jetzt so gemacht hättest, wär die Haut für mich weg gewesen Ich hab's keine gerne nicht machen Außenpasst nicht angegriffen Oh, das ist lustig Komm, schnell auf Warte mal da Ist ja hoch gekommen Naja Ich komm aber nicht hoch Komm, 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 stell dich nicht so auf Hey, was denn das? Okay, rechts rum Da hoch hoch Achtung Herr Spinger Boah Boah Was war denn das? Leg down Hä? Ich bin hinter dir wieder was für das Feste, oder? Ach so? Ich komm gar nicht hinzu was zu machen, ne? Aua Oh oh Ich bin gleich kaputt Oh oh Ich bin gleich kaputt Wow, Schnerp Ocha Ich bin gleich kaputt Ich bin gleich kaputt Bäh, ich bin gleich kaputt Machen wir so'n Scheiß. Ich hab' gar nichts. Oh, Muni. Kann man deine hier schießen? Nein. Warte. Du bist so rübelst. Die Sixer, cool, nehm ich noch. Verkaufen wir dann. Oh, Granat wär aber weg, ja. Bitte, hilf mir. Mach schon mit einer neuen Waffe. Geiselrettung. Die Royal Army hat ein geheimes Gewölbe des goldenen Pfads entdeckt und lässt die dortigen Vorräte von zivilen Geiseln abtransportieren. Nütze die Gelegenheit, die Gefangenen zu befreien, um die gestohlenen Güter zu sichern. Die haben meine Freunde als Geiseln. Du musst sie retten. Ich kümmere mich drum. Gut, ne der hat ja auch so leuchtet, hat sich da überall so wie der erzählt hat. Und das. Beihändige Raketenwaffe. Wie ist denn das? Wie ist denn da eine Raketenwaffe? Ja. Ich muss man das ausprobieren. Guck wie der jetzt. Rette mindestens zwei Geiseln, bin ich die überlebenden los um extra Belohnung zu erhalten, oder? Ja, das heißt, wir müssen die aus großer Distanz. Ey, komm mal. Das ist jetzt mal ein anderer. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... Das sieht irgendwie scheiße aus. Ich glaube, ein anderer war besser. Okay, dann mag ich nur mal einen Pfeil und Bogen aus. Ich mag Sniper aus. Oder die Armbrust. Armbrust, ich... Das ist auch cool. Wusste, ich habe einen einzigartigen. Ach, das Auto müssen wir rechts hoch da nehmen. Das habe ich schon gedacht. Das habe ich schon gedacht. Das habe ich schon gedacht. Warte mal, ähm... Das sind... Was macht das denn? Das sind doch schon. Okay, das sind die ganzen Geiseln. Na, wie schon? Wieso greifst du immer an, bevor wir überhaupt lüstern? Also, so lange wie du hier nicht tief bist, passiert ja nichts. Hast du noch? Ja, das war's. Er ist nicht verbunden. Er ist nicht verbunden. Oh, okay. Ich war sicher, dass ich sterbe. Ich schulde dir das. Und alle nicht verbunden. Ja. Ja. Da ist noch was. Ja. Was würde ich nicht mit uns machen? Auf die Knie. Was ich jetzt eigentlich von den Sternen kopfschmeiß? Was passiert denn eigentlich, wenn ich dir auf einen Pfeil reinschieße? Weiß nicht gleich. Aber guck mal. Ich schulde nicht. Warum machst du das? Ich schulde nicht. Mal ausprobieren. Ja, ist ja gut. Ich glaube, es ist heftig. Entschuldige. Kommt nicht mehr vor. Du bist schon so aufs Dach. Nein. Das ist noch besser. Jetzt müssen wir nur sagen, woher ich. Töte keine Unschuldigen. Junge, hör doch mal auf. Ich habe doch nichts gemacht. Nee. Nein, Quatsch. Oh, ich wollte den gar nicht treffen. Der war da vorne im Auto schocken, wenn das okay ist. Und das war noch mit der anderen Schuss, gell? Achso, was machen wir als nächstes? Wir können ja mal noch. Da ist noch eine Kiste. Kiste? Am See da unten. Ja, wie du willst. Außer posten. Hier ist noch Nachschub für den goldenen Pfad. Rechts. Wo wir da über die Brücke fahren. Das könnte man ja auch machen. Das könnte man ja auch machen. Genau, das hier auch. Ich markiere gerade das. Das. Okay. Du hast wohl auch markiert, oder was? Haha, ja. Krass ja. Und jetzt ist es mal, wenn du getrickt hast, hast du schon mal einen Zweck gemacht. Oder ist es auch da einen Zweck gemacht? Und ich stehe jetzt hier schön auf dem Dachrupp. Auch cool. Ach jo. Ja, die können fahren. Eins. Ah. Du? Oh. Ich habe jemanden verpasst. Oh, ich will auch jemanden kalt machen. Jo, Allah. Alle Weile breche ich ab, ne. Wo waren da Zivilisten? Ich schieße da mit dem Raketenwerfer hinausgerichtet und die treffe ich, oder wie? Das habe ich jetzt aber nicht mit Absicht gemacht, wirklich, ne. Ja. Das war ja zu blöd, oder? Na ja, dann nehmen wir mal mit dem Granatenwerfer. Ist doch klar, dass du da unschuldig auch bist. Na ja. Und? Ja. Was ist die Gist? Auf dem Dach, ne? Das bist du roten. Du musst jetzt irgendwie von oben aufs Dachruppst, oder was? Oder? Was soll das jetzt? Ja, ja. Komm her. Nee. Das ist ein Dachse in der Nähe. Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal, dann bleib mal gerade nur noch da, ne? Warte mal, da kannte ich doch jetzt eigentlich einfach bloß. Warte mal, ich versuche, über die Jagd spritz was zu finden. Da schießt noch was in der Nähe. Du brauchst doch was so zu machen. Ich hoffe, nein, das ist ein Fuchs. Oh, was ist das? Ein Fuchs. Ein Hund. Es sind noch ein paar Menschen. Ich weiß nicht noch. Oh, da sind Wölf. Jeder Menge. Das war halt zu selten die Ausnahme, oder was? Gelassen. Ja, aber wir können doch auch abkratzen, ne? Aber jetzt müssen wir nur noch das Zeichen sammeln. Was ist denn da jetzt so verkommen auf das Dach? Hä? Hey. Beadele. Ich weiß nicht, wie wir da in die Gischt drauf kommen. Zeichen. Ähm. Ja, in die Gischt. Wie wir da drauf kommen. Keine Ahnung. Die liegt aber definitiv nicht auf dem Dach. Ja, aber wo ist sie? Vielleicht. Oh, au. Könntest du halt ab und zu haben eine Stelle, wo der irgendwo Keller unten in den Krabbeln könnte oder so? Alter. Los. Treifen die schon auf, Fuchs. Ah. Wie, was, wo ist denn? Pff. Was, ist das irgendwo eine Höhle oder so, oder? Ja, so wie ich mir auch schon empfinde. Musst du vielleicht von Haus zu Haus subst oder so? Ne, ich glaube da auch nicht. Da geht's vielleicht erst später in Haus zu Haus. Was tötet Lieutenant der Royal Army? Ja, bitte. Mach ich doch gern. Ich bist wo weiß. Ah, da. Hm. Ach ja, jetzt haben wir endlich mal wieder einen Honigdachs gefunden, ne. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, super, wie soll ich denn da jetzt einer aufheben, weil du es doch gar nicht kennenlernst. Auf. Auf. Bist du denn schon wieder? Auf. Wird auch schon verbrennt. Ah, da, ich habe da ein Karma-Ereaktor gemacht und wo ist doch dann ein Ender da und da ist super. Funktioniert das irgendwie nicht? Ah, doch, alle Weile. Wenn du jetzt da hochkommst. Ich will hier hochlaufen. In der Hoffnung auf den Honigdachs. Hey, nicht. Einen Honigdachs. Honigdachs. Wir müssen sowieso da hoch. Da habe ich ja nicht. Ich bin ja nicht schöner See, so ich hab's halt. Oh, ich habe wieder eine Maske. Jetzt gehen wir schnell hin. Oh, er schnauft. Moin. Was? Gut, Moin. Schnau. Haufen. 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 Dann habe ich wieder ein Gebiet entdeckt. Boom. Hm? Oh, nein, 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 nein. Alle Weile gehe ich kaputt, oder? Oder doch, ne? Nein, ich gehe nicht kaputt. Ah. Partisanenklinik. Hi. Ja, Partisanen. Alle Weile verstanden. Ist auch eine Klinik. Oh, das wird lauter. Ah, da ist er. Ja, jetzt ist sowieso keiner mehr. Ach, doch. Okay, mein eigenes Gefängnis. Bei der Schuhe ist ein Narr. Er ist ein Gott von nichts. Als Jalung sich erhob, wollte er die Schöpfung vernichten, um die Gewalt zu stärken. Die Geschichte besteht nicht aus Erleuchtung. Kyra ist nicht entflohen. Der Weg nach vorne führt durch Blut und Feuer. Die Ziege. Das war bestimmt so der Alledies geschrieben von so einem Kerl und der hat unterschrieben mit die Ziege. Das ist noch ein Propaganda-Booster. Das war ein verheirateter. Verheiratete-terter. Ja, da oben war ein Haken. Ach stopp, ich bin hier falsch. Aber hinauf, hinauf. Hinauus, hinauf. Bin ich froh, oder? Hinauf, hinauf. Die little lady. Oh, guck mal. Alter, bin ich so schockend. Guck mal, wir können wieder töten. Und flug. Oh, jetzt. Scheiße. Ja, okay, komm mal. Was denn? Genau, deine Mummer, die Suchung ist gut. Der fliegt als noch drumherum. Nee. Doch. Wie machen wir das jetzt? Aber da unten ist glaube ich auch ein Honigstack. Ich geh mal runter. Scheiße, gehst du doch nicht. Honigstacks, Honigstacks. Gäst du doch nicht, oder? Komm her. Geht der auf. Der Honigstacks mit der Flinte. Gibt's da nicht? Am rechts. Am rechts. Und der Sack? Schappen. Ja, ist noch. Ja, das geht der Scheiss. Kommt, oder? Oh, Mann. Ist der gut. Wie war der gefloss? Das hätte ich schon müssen sehen. Das war ein Bild für die Gäder. Herstellung. Waffengurt. Na, endlich. Jetzt kannst du wieder meine Waffe tragen. Fertigkeiten. Du kannst mir diesen schwarzen ganzen doppelten Schaden anrichten. Oder leidest du auf der Waffe. Ne? Oh, ist da jetzt kein Kletterhaken irgendwo? Oder müssen wir jetzt deine ganze... Oh. Aber hier oben ist man. Ah. Komm, wir müssen wieder den Weg drumherum. Komm, wir nicht hoch. Du steil. Kronisch Dachse brauche ich aber immer noch, ne? Ja. Wie ist denn da? Die auf die da oben. Ja. Und zwar auf... Äh. Ja, komm. Ach, die schießen auf den Adler. Ja, mhm. Stehbleiben, wir brauchen das Auto. Stehbleiben. Ja, hopp. Das ist mir schwindet. Das ist mir schwindet. Das habe ich nicht verdient. Und jetzt meine ich auch erzählen, dass wir von 150 Metern ein Auto nicht mehr haben. Keine Ahnung, was hast du gesagt, brauchen wir. Ach, von der Bus bin ich schon an einer Gefahr. Als Zentrum für Golde Pleurs Opium-Geschäfte. Hä? Sag. Hä? Was ist klar hier? Ah, da. Ah, da. Ah, du hast eingeparkt. Ah. Ah, ja. Kann ich schnell auch nehmen, was du machen. Du guckst. Nachschub. Hey Jay, wir haben in deiner Nähe ein paar Pakete verloren. Ich schicke dir die Koordinaten. Du musst diese Pakete unbedingt vor die Pleurs Männern finden. Das mache ich. Was? Ja, du hast den Finger gezeigt. Warum machst du sowas? Oh. Gut. War langweilig. Das ist gleich zu können. Das ist normalerweise viel mehr machen. Lass es grafen. Ja, bei der Mutter fällt mir grad was hin. Du musst ja mal Granaten rauswerfen. Rechts, ne? Du bist ja hier. Guck, da unten sind Gegner. Hä? Hab ich den Fall schon mal ausgepackt? Das ist nicht nett. Ich hab mit der Wings wieder immer schlechte Karte, oder? Ja. Das ist nicht nett. Ich hab immer. Ja, wo tue ich nicht squeeze-bone? Ja genau, unter dir. Ich hab das erste. Gute Arbeit, nur noch eins. Pass auf dich auf. Ich hab das erste. Gute Arbeit, nur noch eins. Pass auf dich auf. Ja. 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 Warte rechts. Ja. Ja. Da kommt der Scherberg. Ja. Dann kommt der Borcher. Wow! Au! Bin? Nein, ne? Nee, du hörst doch immer wieder ab. Jetzt bin ich da. Jetzt. Was machst du? Schlecht, schlecht. Engenerierwulf? Was müsste man fliegen können? Wow! Was für Partner haben wir entdeckt? Egal, ich kann ja auch schießen. Granaten! Hey, was war denn das? Du schießt Granaten auf? Oh, nein, nein! Oh, shit! Ja! Alter! Egal, was piepst du?